Henry ist mit seinen Freunden im Park unterwegs gewesen. Die Fotos davon möchte Henry auf seinem Instagram-Account posten. Stopp! Das kann Henry nicht einfach so machen. Vorher muss er seine Freunde fragen, ob das für sie okay ist. Und bis seine Freunde 18 Jahre alt sind, auch deren Eltern. Man hat nämlich das Recht am eigenen Bild. Fotos, auf denen man zu sehen ist, dürfen nur veröffentlicht werden, wenn man zustimmt. Bei Henrys Fotos sind übrigens alle einverstanden. Zack, gepostet. Henry interessiert sich für Flugzeuge. Im Internet hat er ein Foto von einem Flugzeug entdeckt, das ihm super gut gefällt. Das möchte er posten. Aber halt! Wenn Henry dieses Foto veröffentlichen möchte, muss er rauskriegen, wer der Fotograf ist und ihn fragen. Ist kompliziert und das Veröffentlichen des Fotos kann außerdem Geld kosten. Henry postet dieses Foto dann lieber doch nicht. Henry konnte bei einem Bundesligaspiel ein Selfie mit seinem Lieblingsfußballer machen. Das möchte er unbedingt sofort teilen. Das darf er ohne nachzufragen. Denn bei Personen des öffentlichen Lebens, wie dem berühmten Fußballer, ist das Veröffentlichen erlaubt. Außerdem war der mit dem Selfie einverstanden. Also, Henry muss bei jedem Foto, das er posten will, genau überlegen, welche Regeln er beachten muss.